Heute willkommen zu der neuen SG-Show! Heute reden wir über Baseball-Caps gegen Unterhosen. Also schaut, wir könnten doch solche Unterhosen anziehen auf den Kopf, anstatt diese Cappies. Die sind doch viel lahm, oder? Wenn man Unterhosen anziehen würde auf den Kopf, wäre es viel cooler. Und die Mädchen stehen darauf, ne? Also, was haltet ihr eigentlich von Unterhosen, die böse sind? Oder Donuts? Also heute reden wir über... Sand, kennt ihr schon die neue Stadt? Sand Donuts. Also diese Stadt ist geil. Und was macht ihr gerne in der Freizeit? Schreibt es in die Kommentare. Also, ich mache auch weiter mit der SG-Show. Es kommen vielleicht in der Woche mehr als zwei Folgen. Und... Wir machen damit jetzt weiter. Aber bevor ich weitermache, will ich noch eine Frage stellen. Was können wir als nächstes machen? Und... Und... Ähm... Als nächstes parodieren und so weiter. Okay, was haltet ihr davon? Also, der ist doch echt heiß. Mit seiner Unterhose auf den Kopf wäre er viel besser, oder? Dann ist eure Meinung. Oder der, der sieht doch süß aus. Okay. Dann gibt es viele Bilder von... Von solchen... ...lustigen Bildern. ...lustigen Bildern. Dann gibt es noch mal. Schreibt in die Kommentare... Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes tun soll. Was ich als nächstes tun soll. Was ich als nächstes temporadieren soll. Ist egal was. Von dieser Telefon. Kalamba! Hallo? Wer spricht? Mr. Puppermann? Ja? Okay. Mhm. Ja. Wir liefern Donuts. Donuts mit Ketchup. Mit seiner Ketchup. Ähm... Drin ist Ketchup und Senf. Mhm. Ja, okay. Wir liefern ihn in einer Stunde. Also. Immer diese Anrufe. Da Arbeit. Ja, wissen wir, ist ja. Denkt ihr das? Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ah ja, schreibt doch in die Kommentare, was ich als nächstes tun soll.